Moin Moin und Hallo! Heute zeige ich euch, wie man an einem Damenfahrrad auf und wieder absteigen kann. Und das in zwei Versionen. Fangen wir mit der ersten Version an. Wir schwingen unseren Astralkörper in die Mitte des Rahmens und geben dem Fahrrad einen Schubs um dann loszufahren. Sehr schön. Diese Version ist für die schnellen und sicheren Abfahrten zu Genüge zu praktizieren. Schwupp, weg ist er. Oder sie. Kommen wir rechtzügig zur zweiten Version. Da müsst ihr auf der Seite, wo ihr aufschwingen wollt, die Kurbel ganz nach unten setzen, um dann in einem Zug drauf zu hüpfen und im Anfahren euch zu setzen. Für krasses Bike-Movement. Das ist eine eigene wundervolle Bewegung, wo ihr schnell aus der Pötte kommt und einfach euch in einem Zug auf das Rad schwingen könnt und eure Wege fahren. Sehr schön. Super toll. Kommen wir ganz fix zum Abspringen. Wir ziehen die Bremse und wupp sind wir schon wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Nächste Version ist das Stoppen, auch wieder Bremse ziehen, erst mal auf dem Boden sich begeben und ganz gemütlich vom Rad runter. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So, so!